Hallo ihr Nudeln, der Ryldevs wieder mal da. Es gibt wieder Tarkov News, es ist wieder soweit. Bevor wir damit anfangen, ganz kurz der Hinweis. Ich streame Escape from Tarkov und Rocket League auf Twitch und meine Nachtöln-Streams, die könnt ihr immer von Dienstag bis Samstag ab 12 Uhr Mitternacht miterleben. Würde mich freuen, wenn ihr mal kurz vorbeischaut und wir quatschen über die aktuellen Leaks und Infos. Ich habe das Ganze wieder so ein bisschen aufgeteilt, meine ganzen Notizen, weil es liefen ja ein paar Streams mit ein paar Leaks in letzter Zeit. Zum einen gab es auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auf dem Twitch Gaming Kanal, die neuen Leaks zu Streets of Tarkov mit Nikita im Interview kurz und auch der Pest City auf seinem Kanal hatte Nikita im Gespräch und hat ihn nochmal so ein bisschen ausgequetscht, was so die aktuellen Themen sind. Und ich habe das wieder so ein bisschen untergliedert, dass das Ganze erstmal ein bisschen auf Streets angeht, weil als die ganzen Leaks kamen. Danach gehen wir zu Patch 12.11 und dann noch ein bisschen 12.12 und dann noch ein Ausblick wieder am Ende dran. Dass ihr da schön informiert seid, alles kurz und knapp und let's go. Also wir starten mit Streets of Tarkov. Für mich persönlich geilsten Leaks dazu ist die zerstörbare Umgebung. Also ohne Shit finde ich richtig nice, was die da jetzt geleakt haben. Das wird vermutlich aufgeteilt sein in zwei Bereiche. Zum einen die kleinseitigen Sachen, die nur ihr seht an eurem Rechner bzw. genau wie sie hinfliegen. Und zum anderen serverseitig, wie zum Beispiel die zerstörbaren Wände. Die zerstörbaren Wände werden natürlich nicht überall sein, weil das würde eine komplette Überarbeitung von dem ganzen Game bedeuten. Das wird nicht passieren, aber es gibt ein paar definierte Keypoints sozusagen, wo man dann mit irgendwelchen Explosivmaterialien das Ganze sprengen kann. Also wahrscheinlich Granatenwerfer, Granaten, vielleicht sogar die neuen Raketenwerfer. Da kommen wir gleich noch dazu. Und zum anderen eben, wie gesagt, die kleinseitigen Sachen, wie zum Beispiel auch so Bücher, die runterfallen, Displays, die umfallen. Und das finde ich fast noch geiler als die zerstörbaren Wände, weil es einfach noch detaillierteres, realistischeres Feeling vom Gameplay her übermittelt irgendwie. Finde ich super geil. Dann haben wir ja ein BTR, kein Panzer, ein BTR 80 haben wir reinfahren gesehen am Ende von dem Teaser. Das ist nicht, wie zuerst vermutet, ein neuer Boss, sondern ihr könnt es verwenden, um zum einen den irgendwo hinzuschicken gegen Geld, dass der irgendwo Verwüstung anrichtet. Nikita meinte, ich zitiere, to f*** things up somewhere. Oder Option B, dass ihr den als Taxi verwendet, um zu einer anderen Keylocation von Streets zu kommen zum Beispiel. Das wird entsprechend irgendwie Geld kosten, nicht ganz billig sein auf jeden Fall. Und es ist auch noch ein zweites Gefährt geplant, nämlich der BMP. Und der wird ein bisschen mehr Personenkapazität haben, wird aber auch entsprechend teurer sein zum Verwenden. Als Ausgleich, also als Counter zu dem Ganzen, sollen dann die Raketenwerfer auch mit reinkümmern. Da wurde bisher der RPG-7 geleakt und ich glaube 84 oder so, da bin ich noch nicht ganz sicher. Bosse sind zwei confirm für Streets of Tarkov. Möglicherweise, meinte Nikita, gibt es auch dann so Sachen, dass sich die treffen, die Bosse, mit ab. Möglicherweise sogar auch, dass er dann irgendwie Killer trifft oder so. Aber da gibt es alles noch keine Details, das sind bisher Überlegungen. Nein, fände ich auf jeden Fall ganz eine nice Idee eigentlich. Einer von den zwei Bossen wurde schon früher mal irgendwann geleakt. Der wird wahrscheinlich bei einem Autohaus sein, das aber laut Nikita sehr stark befestigt sein wird. Also die haben da Sniper, die werden da Minen haben, Motion Detector, alles Mögliche. Und Nikita hat sich schon gefreut. Er meinte, es wird sehr, sehr schwer, das einzunehmen. Er ist dann schon gespannt, wie das Leute versuchen werden und dabei sterben, so ungefähr. Hört sich auf jeden Fall sehr cool an, so ein Part auch mit drin zu haben, eine kleine Festung. Geplant sind im Moment als großes Ziel 40 Spieler auf der Karte. Nikita meinte als Randnotiz, dass tatsächlich auf Reserve schon Tests gemacht wurden. 38 wären da schon möglich. Aber da ist halt Streets noch nicht genügend optimiert für sowas in die Richtung, noch nicht annähernd, dass es wenigstens 60 FPS hat. Aber das haben wir ja schon mal in einem der früheren Videos diskutiert. Es wird auf jeden Fall am Ende eine riesige Map werden. Und das Ziel von dem Ganzen ist auch so ein bisschen, dass ihr euch teilweise so ein bisschen alleine fühlt, aber natürlich nicht alleine seid auf der Map. Und dass man trotzdem immer achtsam sein muss, wer wo vielleicht sein könnte. Also um das Ganze wirklich sehr realistisch und fast Horror-Game-technisch aufzuziehen so ein bisschen. Der Stand von Streets ist im Moment, dass sie zumindest von den Sachen, die sie jetzt gezeigt haben in den aktuellen Leaks, grundsätzlich fertig gemodelt haben. Da fehlt jetzt aber noch das ganze Detailzeug, also Loot-Spots und Key-Locations, irgendwelche Quest-Locations und so weiter. Also das dauert auf jeden Fall noch seine Zeit. Allerdings haben sie ja auch schon angekündigt, dass sie Streets so releasen wollen, dass da erst ein erster Teil kommt und das Ganze dann Stück für Stück weitere Teile erhält, bis man dann am Ende das komplette Streets hat sozusagen. Man weiß noch nicht genau, was jetzt die Ankündigung ist, aber er meinte auf jeden Fall, Streets of Tarkov wird dieses Jahr eher unwahrscheinlich, dass es noch kommt. Ich meine, das wurde ja schon lang verschoben, aber wir merken ja, es wird mehr auf jeden Fall. Und sie rechnen im Moment mit ziemlich früh 2022 nächstes Jahr. Dann gehen wir über zu Patch 12.11, da gehe ich aber auch nicht mehr so ins Detail, weil da haben wir ja schon einiges drüber gesprochen in den letzten Videos, aber da gab es ja auch noch mal neue Leaks dazu, die ich jetzt hier auch noch mal kurz zeigen werde, ein neues Video und da sieht man auch am Ende noch mal ganz kurz den Boss auf jeden Fall in der Animation. Da wird natürlich wie geplant weiterhin drin sein Scaf Karma, die Überarbeitung von Scopes und Nikita hat noch zusätzlich zwei neue Scopes gezeigt, nämlich auf der MP155 Shotgun, die auch kommen wird mit dem nächsten Patch. Die wird einen Thermalvisieraufsatz mit drauf haben, die Breacher Shotgun. Genauso wird es auch noch mal ein zweites anderes Thermalvisier geben für andere Waffen. Die werden aber laut Nikita vermutlich sehr selten sein und wahrscheinlich auch teuer und die sind auch nicht die geilsten Thermalvisiere. Aber werden wir sehen, finde ich auf jeden Fall eine ganz geile Idee. Außerdem werden natürlich die Waffenfehlfunktionen mit dazukommen, da meinten Nikita noch ein bisschen detaillierter. Da werden verschiedene Teile mit reinspielen, wie zum Beispiel Schalldämpfer, die Dustcover, andere Aufsätze auf dem Lauf, um das sozusagen so ein bisschen, Pessily hat es Debuff genannt, das zu beeinflussen, dass ihr schneller mal Fehlfunktionen habt und ihr müsst auf jeden Fall immer dann darauf achten, dass die Waffen immer wieder repariert sind und in keinem schrottigen Zustand sind, weil ansonsten ist die Chance relativ hoch, dass eine Kugel mal stecken bleibt. Ansonsten ist aber alles ready to go, meinte Nikita. Es sind grundsätzlich bereit und der Patch wird wirklich Zoom-Zoom-TM kommen. Er meinte, sehr wahrscheinlich noch diesen Monat, wie ursprünglich geplant. Und wir sollen ingame mal gucken, da wird es vermutlich nächste Woche irgendeine Art von Event geben. Genau, wollte er das nicht sagen. Also entweder ist es wieder ein Economic-Event, so ähnlich wie mit dem Sprit, das wir mal hatten, dass der Sprit einfach sau teuer und sau selten war auf einmal. Oder was auch wahrscheinlich ist, dass es natürlich ein Pre-Wipe-Event in irgendeiner Form gibt. Ein Raider-Event vielleicht, ein Money-Event, wie auch immer. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber genaueres will er nicht sagen. Genauso wird es auch keinen Tag-of-TV-Livestream davor geben. Er will, dass da so ein bisschen auch noch eine Überraschung mit dabei bleibt bei dem Patch. Zum Thema Vibe wurde natürlich wieder nichts gesagt. Da drückt er sich sehr davor, das genau zu sagen. Und hat vermutlich einfach den Hintergrund, dass das viel zu sehr die Leute beeinflussen würde. Erstens, dass sie dann nicht mehr spielen, zum Beispiel bis zum Patch. Oder er sagt jetzt irgendein Datum, dann wird es aus irgendwelchen Gründen doch wieder nichts. Und dann brennt wieder das halbe Internet ab wegen einem Riot. Also kann ich schon nachvollziehen. Und dann müssen wir uns halt einfach noch ein bisschen überraschen lassen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt, auch wenn er ja beim letzten Interview meinte, die nächsten Wochen und Monate ist kein Vibe geplant, schon vorstellen, dass es ein Vibe mit diesem Patch geben wird. Zum einen, weil das Skeff-Kammer dazukommt. Und er ja auch will, dass die Leute dann Skeffs spielen. Und das ist wahrscheinlicher, dass sie spielen, wenn das am Anfang vom Vibe ist. Und zum anderen meinten sie ja, dass Lighthouse noch nicht ganz so weit ist, was man so bisher gesehen hat. Also wird es noch viel zu lange dauern, bis der Vibe dann kommt vermutlich, wenn der mit dem Lighthouse-Patch kommt. Aber da müssen wir mal abwarten. Dann noch zum Patch 12.12, aber nur ganz kurz. Inertia-Movement wird da kommen. Also da geht es ja um dieses, dass man langsamer anläuft, nicht immer instant. Und alles so ein bisschen realistischer ist von den Bewegungen her, vom Bewegungssystem und möglicherweise auch so ein Stolpern implementiert wird und Ähnliches. Das ist weiterhin fix geplant für 12.12, meinte er. Genauso wie auch Voice-Over-IP. Und zum Ausblick danach, nach dem Patch 12.11, so ungefähr zwei Wochen danach, werden die ETS-Server, die Test-Server wieder online gehen. Und da wird es dann erste Tests von Unity 2019 geben. Und in diesem Zusammenhang wurde auch nochmal, das ist eigentlich ein versehentlicher Leak gewesen, meinte Nikita, eigentlich wollte Nvidia das geheime halten, aber wurde auch definitiv noch DLSS confirmed, dass sie da schon in Zusammenarbeit mit Nvidia sind und da die Sachen vorbereiten und abstimmen. Und das wird auf jeden Fall auch noch kommen in einem der nächsten Patches. Vermutlich, wie gesagt, in Kombination mit dem Unity Engine Upgrade. Dann sind im Moment zumindest temporär, meinte er, 70% vom Art-Team, die an Streets gearbeitet haben, abgezogen, um Lighthouse weiter zu vervollständigen, weil er halt einfach Content liefern will. Also er weiß schon, dass hier alle nach Content lächzen und wenn jetzt auch Streets noch ein bisschen wieder dauert, soll halt Lighthouse dazwischen kommen. Aber das wussten wir ja schon, wurde aber somit nochmal bestätigt von ihm. Das heißt übrigens auch wahrscheinlich nicht, dass jetzt deswegen Streets nochmal länger verschoben wird, weil vermutlich haben die dann eh schon das Art-Team an einem anderen Teil von Streets gearbeitet, der jetzt gar nicht announced ist für den nächsten, ersten Streets-Release sozusagen. Aber wer weiß. Und zu guter Letzt Offline-Koop. Nikita meinte, er weiß, dass das ein Thema ist, das sehr oft nachgefragt wird. Er nannte es mal ein Online-PVE, weil es ist ja nicht wirklich Offline und man braucht trotzdem Server dafür, wird aber definitiv noch vor dem finalen Release kommen. So, und das war's auch erstmal schon wieder mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat der Content gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Subscribe da. Und ansonsten sieht man sich vielleicht auf Twitch. Also, bis bald. Und News gibt's wieder, wenn's News gibt. Euer Ryle Dave. Ach du Scheiße, der war neben mir. Einer Minus. Einer Minus. Aber